Netzwerken ist nicht nur im VIP-Bereich interessant oder nicht nur im Kunstbereich interessant, im Sportbereich interessant. Nein, auch hier bei diesem Dance Event, bei dem World Club Dome, wo ich gerade sitze, ist es so geil, Menschen aus der ganzen Welt zu treffen, die Menschen zusammenzubringen, mit denen Business zu machen, über Dinge zu reden, die noch kommen können. Und ich kann immer nur sagen, seid offen und versucht einfach jeden Tag einfach was Gutes zu tun. Ich habe bestimmt am Tag so fünf, sechs Sachen, wo ich einfach Dinge tue, wo ich nicht direkt was bekomme. Wo selbst meine Freunde und Familie sagen, Bonana, ey, du verdienst da kein Geld mit, du verkaufst mir und dann werdet scheiß drauf. Ich möchte helfen. Und dann als Geschenk bekomme ich Sachen wie Will Smith oder Jermaine Jackson oder ein erfolgreiches Event in Cannes. Das sind kleine Geschenke. Und ich glaube, weil ich einfach gebe, gebe, gebe. Also Netzwerk for your life. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020